Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tipp wie immer gerne mit den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Aus zeitlichen Gründen ist das hier diesmal etwas knapper geworden, also sehr kurze Zusammenfassungen. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wie gesagt, es war jetzt aus zeitlichen Gründen nicht anders Hand zu haben. Ich wünsche euch trotzdem viel Spaß beim Zuschauen und dann geht es ja in Kürze auch schon los mit den Achtelfinals. Viel Spaß und los geht's! Sehr spannende Ausgangslage in Gruppe E. Vier Mannschaften, alle drei, jeweils mit drei Punkten. Spiel Nummer 1, Slowakei gegen Rumänien. Die Slowaken in Blau erwischten den besseren Start und gingen in der 8. Minute mit 1 zu 0 in Führung. Ein starker Abschluss mit dem linken Fuß in die lange Ecke. Verdienter Führungstreffer. Slowakei hatte durch Haraslin die nächste Großchance in der 27. Minute und auch diese konnten sie nutzen. Die Rumänen hinten zu anfällig, vorne zu ungefährlich. Dann aber kamen sie mal kurz vor der Pause. Der Ball zurückgelegt. Drago Schmidt, dem Anschlusstreffer, noch vor der Pause. Der perfekte Zeitpunkt, um wieder ins Spiel zu finden. Rumänien ja vor dem Spieltag, Tabellenerster sogar. Das hier zeigte dann wieder, warum sie da stehen. Nicht ganz unverdient. Vor allem das erste Spiel gegen die Ukraine war ja extrem überzeugend. Aber die Slowaken, sie waren weiterhin in Führung, mussten sich aber weiteren Angriffswellen der Rumänen entgegensetzen. Und das klappte nicht so gut. Dragos, 52. Minute mit dem 2 zu 2 Ausgleichstreffer. Das Harte in dieser Gruppe, wie auch immer das dann am Ende zustande kommt. Man kann ja sogar als Tabellenvierter mit vier Punkten am Ende ausscheiden. Aber so weit waren wir ja noch lange nicht. Dann gab es Aufregung. Die rote Karte für Marius Marien. Ein hartes Einsteigen von hinten gegen Andrej Duda. Harte Entscheidung, aber wohl vertretbar. Die Slowakei jetzt mit Oberwasser in Überzahl und mit dem 3 zu 2 in der 77. Minute. Die Entscheidung in dieser Partie. Danach kam nichts mehr von Rumänien, sodass die Rumänen jetzt eben zittern müssen. Die Slowakei setzt sich damit durch und zieht in die K.O.-Runde ein. Am Ende etwas glücklich durch die Überzahl, aber unter dem Strich auch nicht unverdient. Parallel dazu Ukraine gegen Belgien. Ein Duell ja auch eben folgerichtig zweier Mannschaften, die einmal gewonnen und einmal verloren haben. Die Belgier waren wirklich überzeugend gegen Rumänien. Die Ukraine zeigte hier aber auch, was sie kann. Drehte das Spiel gegen die Slowakei, gewann dort mit 2 zu 1 hier die erste gute Chance und auch die beste im ersten Durchgang von Castells Parier. Torlos zur Pause. Belgien erinnerte jetzt wieder eher an das erste Gruppenspiel gegen die Slowakei und das ist ja nicht gut geendet. Mudrik auf Jamolenko in Minute 52 und da ist der Führungstreffer für die Ukraine. Und Belgien muss nochmal zittern. Die Ukraine stand jetzt mit 6 Punkten sicher weiter. Da sah die belgische Defensive alles andere als gut aus. Und auch die Offensive war nicht besonders sehenswert an diesem Tag. Wir sind in der Nahspielzeit. Es wurden verzweifelte Angriffe, die aber immer wieder in Ungenauigkeiten endeten. Und so auch hier. Nach 93 Minuten war auch Feierabend. Die Ukraine gewinnt 1 zu 0 gegen Belgien und setzt sich damit ab in die K.O. Runde. Mit den Ergebnissen, die wir gesehen haben, würde das diese Tabelle ergeben. Schauen wir mal, wie es in echt ausgeht. Jetzt geht es weiter mit Gruppe F. Georgien gegen Portugal. Die Portugiesen sind bereits qualifiziert und das auch als Tabellenerster für die Achtelfinalpaarungen. Jetzt war die Frage, kann Georgien gewinnen und sich damit in die nächste Runde retten? Es sah nicht danach aus, weil Portugal sehr gut aufspielte und wie schon gegen die Türkei ein deutlich besseres Gesicht zeigten als noch im ersten Spiel gegen Tschechien. Was sie aber am Ende ja auch gewannen. Trotzdem, Portugal schindete hier wirklich Eindruck. Da waren die Georgier, die eigentlich ein sehr schönes Turnier spielen, doch etwas überfordert. 0 zu 1 zur Pause. Frühe Führung durch Bernardo Silva. Portugal ließ den Druck weiter oben. Bruno Fernandes, Spetinha, Neto auf Bernardo Silva. 62. Beziehungsweise 63. Minute. Das 2 zu 0 für die Portugiesen. Und das war die vorentscheidende Szene in diesem Spiel. Georgien drängte dann nochmal auf den schnellen Anschlusstreffer. Mikau Taze. Geo der Abschluss. Dann aber Diogo Costa. Nicht wirklich gefordert hier. Es blieb beim 2 zu 0. Die Portugiesen holen die perfekte Punkteausbeute. Georgien muss sich aus dem Turnier verabschieden. Machen wir die Gruppenphase rund mit Tschechien gegen die Türkei. Die Türkei als Tabellenzweiter und 3 Punkten würde ihnen hier ein Unentschieden reichen. Aber damit wollten sie sich gegen Tschechien nicht zufrieden geben. Die Tschechen, die auch im ersten Spiel knapp verloren, dann gegen Georgien teilweise nur überzeugen konnten, waren hier durch Adagüla dann im Rückstand. Nach 21 Minuten, die Türkei konnte das drückende Übergewicht in eine Führung ummünzen, die zu dem Zeitpunkt vollkommen verdient war. Halbe Stunde gespielt, dann Kökçü setzt dem Ganzen noch einen drauf. 0 zu 2. Auch in der Höhe verdient zu dem Zeitpunkt. Das war jetzt wieder das Gesicht der Türkei aus dem ersten Gruppenspiel. Gegen Portugal war man dann an Spieltag 2 ja fast hoffnungslos unterlegen, vor allem nach den ersten Gegentreffern. Durchgang Nummer 2 dann nicht mehr ganz so spektakulär. Türkei wollte nochmal erhöhen. Adagüla. Aber Staneck verhindert das 0 zu 3. Trotzdem gewinnt die Türkei, geht damit als Tabellenzweiter ins Achtelfinale. Jo, das wäre dann die Tabelle aus dieser Gruppe. Ich hoffe es hat euch gefallen, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, haut rein und adios.